Hallo Leute! In diesem Video erzähle ich dir die Geschichte von einer Frau, die dachte, dass ihr Hund von Insekten gebissen wurde. Doch beim Besuch des Tierarztes erfährt sie die schreckliche Wahrheit. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um kein Video mehr zu verpassen. Los geht's! Insekten, Bisse und Parasiten sind für Hunde nichts Besonderes und gerade wenn die geliebten Haustiere im Sommer draußen spielen, denken sich ihre Besitzer meist nichts Schlimmes dabei, wenn ihr Liebling mit der ein oder anderen Wunde nach Hause kommt. So ging es auch Hayden Howard aus Amerika. Gemeinsam mit ihrem Sohn Noah und ihrem Hund Jackson lebt sie in einem kleinen Haus mit Garten, in dem sie Jackson gern spielen ließ. Doch an diesem Samstagnachmittag im April schien etwas komisches vorzufallen. Jackson war überseht mit kleinen Wunden. Hayden dachte sich erstmal nichts dabei und vermutete, dass ungewöhnlich aggressive Insekten ihrem Liebling Jackson zusetzten. Doch als Jackson am Sonntag mit noch mehr Wunden ins Haus zurückkehrte, war Hayden sehr in Sorge. Besorgt fährt sie gleich am nächsten Tag mit Jackson zum Tierarzt. Doch was sie dort feststellen muss, verschlägt ihr die Sprache. Bei den Wunden handelte es sich nicht einfach um Bisse. Es waren Löcher, die in Jacksons Körper geschossen wurden. Der Tierarzt holte eine Luftgewehrkugel nach der anderen aus Jacksons Körper. Hayden konnte ihren Augen nicht trauen. Wer würde Jackson so etwas antun? Wie konnte sie es nicht bemerkt haben, dass ihr Hund angeschossen wurde? Obwohl Luftgewehre nicht die gleiche Kraft wie normale Pistolen besitzen, können sie dennoch zu extremen Verletzungen führen und in manchen Fällen sogar töten. Insgesamt zog der Tierarzt ganze 28 Kugeln aus Jacksons Körper. Außerdem zählte er 50 Wunden. Es grenzte fast an ein Wunder, dass Jackson noch lebte. Es stand fest, dass es sich nicht um einen Zufall handeln konnte. Irgendjemand musste Jackson als Zielscheibe benutzt und die Schüsse bewusst auf ihn gerichtet haben. Hayden kontaktierte umgehend die Polizei, welche sofort mit der Fahndung nach dem Täter begann. In Haydens Garten fanden sie weitere Kugeln, insgesamt ging man von 60 Schüssen aus. Wobei Gott sei Dank nicht jeder Schuss sein Ziel erreichte. Die Spuren gaben der Polizei genug Anhaltspunkte. Sie konnten die ungefähre Richtung der Schüsse ermitteln, welche sie auf die Spur des Täters führte, der sich scheinbar direkt in Haydens Nachbarhaus befindet. Tatsächlich findet die Polizei im Haus von Haydens Nachbar ein Luftgewehr sowie andere Waffen, Marihuana, Amphetamine und weitere verbotene Gegenstände. Die Polizei verhaftete Haydens Nachbarn und führt seitdem ihre Untersuchungen fort. Für Jackson kam die Hilfe gerade noch rechtzeitig. Er überlebte die Schussattacke auf ihn und konnte mit Hilfe der ärztlichen Versorgung wieder voll hergestellt werden. In Zukunft wird Hayden aber vorsichtiger sein und die Wunden ihres Hundes sofort ernst nehmen. Für sie ist es immer noch unbegreiflich, wie jemand so etwas tun konnte. Schließlich ist Jackson ein ruhiger, freundlicher Hund, über den sich noch kein Nachbar je beschwert hatte. Einfach nur unglaublich, wie man einem Lebewesen so etwas antun kann. Welche Strafe hat der Täter deiner Meinung nach verdient? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.